Willst du noch Penumbra, Philipp? Peter kann ich machen. Penarium, das kommt am... Nächsten Montag kommt die nächste Folge. Aber wie viele Jahre lädtst du das denn hoch? Ja, selten. Warum? Folge danach ist erst für die Woche drauf Freitag eingeplant. Warum? Weil, dass so viele Projekte dazwischen kommen? Warum? Weil ich es kann. Kein Grund. Aha. Nächsten, ja. Hallo. Was? Schießt du auf mich? Nee, ich arbeite. Hey, was schießt du auf mich? Ah, ich weiß, wer auf mich schießt. Als du auf mich geschossen hast. Ich habe nicht auf dich geschossen. Ich habe nicht mal einen Bogen in meinem Inventar gerade. Hören Sie bitte auf. Wird so ingebaut. Anhand von meinen. Ja, aber ich habe gerade zu viel andere Sachen in der Leiste. Das ist schon mal. Andere Sachen. Wo hast du jetzt eigentlich geschossen? Und und? Ja, hoffentlich erwischt es dich gleich wieder. Was? Was? Was denn? Na ja, die große Flutung. Ich habe hier ein Scheiß-Skelett. Ist das ein Post? Was? Was? Auf dem Dach? Was? Ich weiß, wer nächstes Jahr um der Weihnachtszeit nicht auf Arbeit ist. Du? Wenn dich es machen lässt, ja. Also nächstes Jahr ist ja Weihnachten am Samstags, ne? Am Samstags? Ja, am Samstags. Na ja, das würden wir dann wahrscheinlich von Montag bis Freitag auch arbeiten. So, probieren wir das Ganze jetzt nochmal. Vielleicht klappt es ja. Ah, ganz gut aus. Ja, sieht ganz gut aus. Laut tappt. Hast du wieder laut getappt? Ähm. Hübsch, wie sieht es aus mit deinem Lotto? Oder was? Scheiße, sieht es aus. Deinem Lotto? Aber beim Ruppel, bei meinem Ruppel-Adventskalender habe ich für, ich habe ja zwei Kalender. Für den einen habe ich meinen Einsatz wieder rein mittlerweile. Hä? Also genau meinen Einsatz. Philipp, der andere Philipp, der bei dir um der Ecke wohnt, da steht auch voll auf die Ruppel-Adventskalender. Auf den stehe ich jetzt nicht, die liegen jetzt schon hinter mir, aber bin ich nicht doof? Ich bin jetzt extra runtergesprungen und mir Erde von unten aus meiner... Du mieses Arschloch, Daniel. Du bist einfach nur... Du bist einfach nur ein mieses Arschloch. Du vollidiot. Du bist... Dafür. Das... Da räche ich mich. Aber 100 pro. Das kriegst du... Für was denn? Das kriegst du zurück. Das kriegst du sowas von zurück. Das kriegst du sowas von zurück. Wenn ich jetzt ein Schwert dabei hätte, ne? Was hat er denn gemacht? Wenn ich jetzt ein Schwert dabei hätte, so kriegst du nur den Schlag mit. Du mieses Arschloch. Ganz ehrlich. Was denn? Ich verstehe das immer noch nicht. Blöd mal, baut mir meine... Baut mir mein Wasser mit Wolle zu. Hellblauer. Da fällt... Und da fällst du aus hoher Höhe. Philipp, da bin ich vorhin übrigens selber dran gestorben. Ach, daran bist du gestorben? Ja, ich bin ins Loch rein geflutscht. Ich hab mich schon gewundert, warum ich außen nichts sehe. Dann hab ich gedacht, hoffentlich hat er nicht gesehen, wo ich war. Du mieses Arschloch. Also... Ich verstehe das immer noch nicht. Was ist mit der Wolle? Das Gesicht hätte ich gerne gesehen. Ah ja, Wasser. Bumm. Hey, 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 Philipp. Leg das zur Seite. Du weißt eigentlich ganz genau, ne? Dass ich damit nicht klarkomme, immer ein bisschen aggressiv reagieren. Da hast du eh keine Level. Du hast kein Zeug verloren. Das geht mir... Darum geht mir so gar nicht. Das ist mir scheißegal mit den Leveln, ne? Ich komm eh nicht zu verzaubern. Ich ohne. Aber... Ich ohne mehr. Es geht mir einfach... Das ist einfach nur... Also das... Lustig. So eine Fröchheit. Ich zünd' hier gleich alles an. Hey, ich muss doch... Ich bin doch am Baum fällen. Boah. Denk da an die Kinder. Was? Kinder? Wo? Kannst eigentlich froh sein, ne? Normalerweise springe ich in letzter Zeit immer von da oben direkt in das Wasser hier. Vor uns. Welches? Ja, das. Was denkst du, warum ich nicht gesagt hab, komm runter? Weil du da oben warst. Dann wärst du da reingesprungen. Ja, das hab ich nämlich gerade eben gemacht. Dann bin ich reingerannt und eigentlich wollte ich in die Kiste hier unten, weil hier meine Erde drin ist. Mhm. Bin hoch... Bin auch hier reiten, gleich wieder hoch, ne? So doof wie ich bin. Achso. Oh leih. Und dann stand ich um, scheiße, du wolltest da Erde. Dann wollte ich da wieder runterspringen. Du hast deine Chance gehabt sogar. Ich bin hier unten dran vorbeigelaufen im Endeffekt. Nice. Ach, jetzt verstehe ich das. Also, der Daniel hat Wolle unten platziert, blaue Wolle, und das dachte der Philipp, das ist Wasser. Hm. Ja, weil ich da Wasser damals reingemacht hab, da war es ein Zimmerwasser. Das ist ja von ganz oben, ne? Hm. Muss ja auch sofort aufpassen, wo ich hinspringen. Da war... Normalerweise war da immer Wasser. Ja, heute mal ne. Alles abgebrannt, Herr Philipp. Da war eine schöne Verschwendung. Ach, das sieht von hier oben wirklich gleich aus. Doch, naja, gut. Du kannst erkennen, jetzt siehst du diesen Holzblock unten drunter. Den hast du vorhin nämlich nicht gesehen. Da, okay. Ich guck jetzt immer auf diesen Holzblock, ob ich den sehe. Was ist das für ein Holzblock? Von dem Durchgang unten drunter. Den siehst du jetzt von hier oben. So durchschimmern. Dann lass ich ihn frei. Gut, dann treff ich halt. Hast du halt auch die Chance, die Mitte zu treffen. Zutritt verboten. In deinem Zutritt verbotenen Raum, da ist eine Spinne drin. Die darf da rein. Oder irgendwas, was eine Spinne imitiert. Philipp hat da Lautsprecher angebracht, um Fremde abzuschrecken. Raumsystem, wenn der kleiner reinkommt. Eigentlich hat er da einen Diamantenraum, die Wände nur Diamanten und Gold. Das Bernstein zum muss eigentlich dahinter. Ja, genau. Die beim Schlag den Rab, wo ich nichts, 100.000 Euro gewonnen hat, die geht mir auf den Sack. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Hat nichts gemacht, gar nichts. Der hat immer eine falsche Antwort gegeben. Der hat eine falsche Antwort gegeben. Ach ja, stimmt. Das war ihr Verdienst. Der Rest hat alles der Rab falsch gemacht und hat die Punkte übergeben. Das war ein Creeper, irgendwo. Ja, das hat mir beim Bäumefällen geholfen. Extrem Baumfällen. Ich müsste eigentlich mit TNT machen. Was? Ich müsste es so eigentlich mit TNT machen. Extrem Baumfällen. Ja, Bäumefällen. Boom, boom, boom. Ich weiß gar nicht, wo der Philipp Wille ist. Da kann ich schon lange bei meinem Haushalt alles angezündet haben. Philipp ist dort, wo es einfach nur nass runterläuft. Ach so jetzt ist. Ach so jetzt ist. Vielen Dank. Acht Blöcke fließt das, ne? Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja gut. Ob ich da hier einen Block hinsetze, fließt das Wasser. 6, 7, 8, ja gut. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ja gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ja gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja gut. Ich bin hochkonzentriert. Wir sind ja gerade erst im neuen Jahr angekommen mit den Folgen. Kann man denn noch irgendwas jahresrückblickmäßig zu erzählen? Ja, wir sind angekommen. Ja, man kann ja noch ein bisschen jahresrückblickmäßig erzählen. Es gab zwar schon jahresrückblickmäßig für Philips, aber vielleicht... Na, ich nehme an, die größte Neuerung ist, dass wir jetzt da sind. Ja. Die Übernahme von Vastex. Ja. Gaming. Aber wir hatten ja... Damals noch nicht. Aber wenn ich das ganze Jahr so Revue passieren lasse, bin ich ja der Einzige, der alles dazu erzählen kann. Warum? Was? Warum? Also wenn ich jetzt aus Philips Sicht sehe, ne? Okay. Weil dann sehe ich nämlich so, dass der Januar, Februar, März, April ja ich den Kanal alleine gemacht habe. Da war ja kein anderer mehr mehr aktiv hier drauf. Mhm. Also Januar, Februar, März, April gab es nur Let's Play alleine. Ja. So. Und erst danach seid ihr alle wieder... Also Guwe und Daniel sind dann wieder da gewesen. Ja. Und dann im November kamt ja noch Felix und Karsten dazu und unsere Nachtlady. Ja. Den gehen wir mal vor schon mal da. Ja, die war aber halt auch weg. Bis Oktober. Danke. Der war niedrig da. Eigentlich. Er war immer ein Mitglied, aber... halt nur ein Mitglied. Der war eigentlich das maximal. Eigentlich schon. War aber so ein fester Gast, dass er... dass er 200... ne... 150 Folgen Minecraft mitgemacht hat. Immer. Permanent als Gast. Hallo? Denkst du ja auch wieder bei mir zu legen. Mir antwortet keiner. Na weiter. Ja, geht noch weiter. Na du bist ja grad voll am erzählen. Ja. Na und los. Aber das waren jetzt die größten Sachen die ich erzählen könnte. Dass Philips Gaming zum ersten Mal auf der Gamescom vertreten war als Philips Gaming Team und nicht als Herrn Philipp. Was hat er gesagt? Ich weiß es nicht. Ja. 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 Vielleicht... Vielleicht war es eine Antwort die er gesucht hat. Ja. Würde passen. Ja. Karsten such dir mal ein besseres Hotel. Das ist scheiße wo du bist. Hab ich ja wieder auf eine Ping. Ja. Scheiß Hotel hast du alles gesucht. 200. Na Hotel Mama ist das. Was für eine P. E. 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 Ing. Was für eine P. E. E. Ing.